Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Ausflug in die Sagenwelt des Sternenhimmels. Heute geht es um die Geschichten, die mit dem griechischen Helden Herakles zu tun haben, der ja für seine zwölf Heldentaten, die sogenannten zwölf Aufgaben des Herakles, bekannt geworden ist. Zwei dieser Aufgaben finden wir in Form von Sternbildern am Frühlingshimmel wieder, aber auch das Sternbild Herakles oder wie es in seinem römischen Pendant heißt Herkules finden wir am Sternenhimmel. Im April und Mai finden wir am Abendhimmel das Frühlingsdreieck, bestehend aus den drei Sternen Regulus im Löwen, Arctur im Bärenhüter und Spica in der Jungfrau. Wer das noch nicht kennt oder sich im Detail erinnern möchte, wie man die Sternbilder genau findet, der kann das zugehörige Video schauen, das wir unten in der Beschreibung verlinkt haben. Etwas östlich, also links vom Bärenhüter, finden wir einen kleinen Halbkreis aus Sternen. Das ist die nördliche Krone mit ihrem Hauptstern Gemma, dem Edelstein. Noch etwas weiter östlich finden wir dann ein Vieheck aus Sternen mit diversen Auswüchsen dran. Das ist das Sternbild Herkules oder Herakles. Der Held steht hier auf dem Kopf am Himmel. Tatsächlich ist das Sternbild schon so weit östlich, dass es eigentlich zum Sommerhimmel dazu gerechnet werden muss. Aber es hat mit den beiden Sagen, die wir heute erzählen wollen, unmittelbar mit dem Frühlingshimmel zu tun. Und außerdem ist es ja die Hauptfigur des heutigen Videos, insofern soll es natürlich auch vorkommen. Bevor Herakles seine zwölf Aufgaben angehen kann, muss er natürlich überhaupt erst einmal geboren werden. Und schon die Geschichte ist eine dieser vielen Geschichten von den amorösen Abenteuern von Zeus, der ja mit der Göttin Hera verheiratet war. Und Hera war natürlich sehr eifersüchtig auf die ganzen Liebschaften ihres Gatten. Und bei Herakles hatte sie ganz besonders viel Grund dazu, eifersüchtig zu sein. Und davon erzählt die nun folgende Geschichte. Hören wir also die Geschichte von der Geburt des Herakles und der Entstehung der Milchstraße. Erzählt wie immer von meiner lieben Kollegin Judith Hempe vom Kieler Planetarium e.V. Danke Jürgen. Ich freue mich, dass wir heute Herakles mit ganz vielen Stationen aus seinem Leben kennenlernen können. Und wir beginnen zu einer Zeit, als Herakles, oder wie er im Römischen heißt Herkules, noch ein Säugling ist. Denn Herakles ist der Sohn des Göttervater Zeus und der Menschenfrau Alkmene. Alkmene war eine sehr schöne, große, stattliche, aber auch sehr kluge Frau. Und Zeus wollte mit ihr einen Helden zeugen. Als das Kind geboren war, wollte er, dass es auch noch von der besonderen göttlichen Muttermilch von Hera, der Ehefrau von Zeus, trinken konnte, damit er sozusagen die besten Startvoraussetzungen als Held hatte. Hera, die Ehefrau von Zeus, wäre natürlich nicht damit einverstanden gewesen, ein fremdes Kind an ihrer Brust trinken zu lassen. Und so wartete Zeus, bis Hera schlief und legte ihr den Säugling an die Brust. Die Sage erzählt, dass der kleine Herakles so ungestüm saugte und trank, dass Hera erwachte und dieses fremde Kind von sich stieß und dass dabei ein Strahl ihrer Milch sich über den gesamten Himmel ergoss, verschüttet wurde. Auf dem Gemälde erkennen wir Hera in dem Moment, als sie erwacht und dieses fremde Kind von sich stößt. Zu ihren Füßen befinden sich zwei Pfauen. Der Vogel V ist eines der Attribute von Hera und über ihr schwebt Zeus, der ihr den Säugling Herakles in den Arm gelegt hat. Zeus wird begleitet von einem Adler, der Vogel, das Zeus ist der Adler, der sogar ein Bündel Blitze in seinen Krallen trägt. Außerdem erkennen wir auf dem Bild die Strahlen der Milch, die sich über den Himmel verteilen, sogar mit kleinen Sternen schon enthalten. Hera war also eifersüchtig auf Herakles und machte ihm das Leben schwer. Schon als Kleinkind soll sie Schlangen zu ihm in sein Kinderzimmer geschickt haben, die ihn töten sollten, aber Herakles hatte ja übermenschliche Kräfte und konnte die Schlangen erwürgen und hatte so nicht nur sich selbst, sondern auch seinem Bruder das Leben gerettet. Herakles wuchs bei seinem nichtleiblichen Ziehvater Amphitryon auf, dem Gatten der Alkmene, der sich offenbar mit der Gesamtsituation abgefunden hatte und Herakles als seinen Sohn akzeptierte. Und so bildete Amphitryon ihn in diversen Kampffertigkeiten aus, die ihm ja später bei seinen Abenteuern noch gute Dienste leisten sollten. Die Eifersucht der Hera ließ ihn allerdings nicht ruhen und so musste er eines Tages zwölf Aufgaben erfüllen. Und zwei dieser Aufgaben, nämlich die ersten beiden, die finden wir am Frühlingssternhimmel wieder und zwar in Form des Sternbils Löwe und der Sternbils Hydra. Hören wir nun beide Geschichten von Herakles, der zuerst den Löwen von Nemea und dann die Hydra von Lerna zu besiegen hatte. Nahe der Stadt Nemea lebte ein Ungeheuer, der Nemeische Löwe. Er war das Kind schrecklicher Untiere und unverwundbar und er fraß Tiere und Menschen und versetzte die ganze Region in Angst und Schrecken. Herakles, der inzwischen zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen war, erhielt vom Orakel von Delphi die Aufgabe, dem König von Thyrnus zu dienen, um sich von einem Fluch zu befreien. Die erste Aufgabe, die der König dem Helden übertrug, war die Stadt Nemea vom Löwen zu befreien. Herakles spürt den Löwen in dieser menschenleeren Gegend auf und es entbrennt ein heftiger Kampf. Herakles greift zunächst nach Pfeil und Bogen und schießt mit seinen Pfeilen auf den Löwen, aber die Pfeile können dem Löwen nichts anhaben, sie prallen von seinem Fell einfach ab. Dann greift Herakles zu seiner Keule, sie soll aus einem ganzen Olivenbaum geschnitzt worden sein und er schlägt mit dieser Keule auf den Löwen, aber die Keule zerbricht. Der Löwe zieht sich in seine Höhle zurück und Sie kennen vielleicht den Ausdruck, sich in die Höhle des Löwen wagen. Das geht auf Herakles zurück und Herakles wagt sich nun in die Höhle des Löwen. Und da seine Waffen ihm nichts anhaben können, greift er ihn nun mit bloßen Händen an. Er schlingt seine Arme um den Hals des Löwen und es gelingt ihm auf diese Art und Weise, den Löwen zu erwürgen und zu besiegen. Herakles gelingt es, dem Löwen das Fell abzuziehen, aber da Messer und Waffen nutzlos sind, nimmt er die Krallen des Löwen zur Hilfe und schlitzt damit das Fell auf. Er trägt fortan dieses Löwenfell als einen schützenden Umhang. Und häufig sehen Sie auf Darstellungen einen großen, starken, häufig bärtigen Mann mit einer großen Keule und einem Löwenfell, das mit den Löwenpranken vor dem Hals verknotet ist. Wenn Sie so einen Mann auf einer Darstellung oder einem Bild sehen, dann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Helden Herakles. Eine weitere Aufgabe für unseren Helden Herakles, die ihm vom König übertragen wurde, war es, die Hydra von Lerna zu beseitigen. Bei der Hydra handelt es sich um ein Ungeheuer, das an einem Sumpf lebte, eine Art Wasserschlange, die, so erzählt die Sage, neun Köpfe hatte, von denen der Mittlere unsterblich war. Ihr Atem soll überaus giftig gewesen sein. Herakles begab sich also in diesen Sumpf und machte die Hydra ausfindig und er begann ihr, die Köpfe einzeln abzuschlagen. Aber aus jedem Stumpf wuchsen sofort zwei neue Köpfe nach, sodass er auf diese Art die Hydra nicht besiegen konnte. Herakles holte sich Hilfe und mit Hilfe seines Neffen steckte er den Wald in Brand. Und sobald ein Kopf abgeschlagen war, brannte er sofort die Wunde aus, damit keine neuen Köpfe nachwachsen konnten. Diese Strategie funktionierte und nur der letzte Kopf, der Unsterbliche, der soll noch gefaucht und gezischt haben, als er schon am Boden lag, selbst als Herakles ihn vergrub und einen großen Stein auf ihn wälzte. Aber es gelang ihm so, dieses Ungeheuer zu beseitigen, zu besiegen. Und er trägt bei dieser Heldentat auf vielen Darstellungen sogar das Löwenfell, das wir schon kennen vom nemiischen Löwen. Aus heutiger Sicht fragt man sich natürlich, was hat es mit Herakles und diesen Heldentaten auf sich gehabt? Und eine Theorie ist, dass Herakles, gerade auch wenn man an einige seiner anderen Heldentaten denkt, die Stelle des Augiers ausmisten, wo er sogar einen ganzen Strom umleitet, um den Dreck wegzuspülen, dass Herakles vielleicht in seiner Zeit ein Spezialist für künstliche Bewässerung war. Und dass er vielleicht auf die Idee kam, diesen Sumpf trocken zu legen. Denn Sümpfe waren zu dieser Zeit eine gefährliche Gegend für Menschen. Man kann sich vorstellen, dass es dort von Wasserschlangen gewimmelt hat und dass für eine erschlagene Wasserschlange gefühlt sofort zwei neue nachkamen. Wenn also Herakles sich mit Wasser und Stromströmen und der Umleitung von Wasser auskannte, dann hat er vielleicht diese Sümpfe trockengelegt, diesen Strom verlegt und kannte sich vielleicht besonders mit künstlicher Bewässerung aus. Das könnte man sich heute vorstellen, was hinter diesem Helden steckt. Herakles konnte als griechischer Held die zwölf Aufgaben natürlich erfolgreich durchführen. Und er wurde dadurch sogar berühmt. Und so leitet sich auch sein Name ab. Klaus kommt von griechisch Ruhm und Herakles bedeutet nichts weiter als Ruhm der Hera. Das heißt, mit ihrer Misskunst hat Hera quasi dafür gesorgt, dass Herakles berühmt wurde. Und das auch in ihrem Namen. Die zwölf Geschichten waren damals wohl so bedeutend, dass sie auch heute noch auf diversen Darstellungen zu finden sind. Unter anderem als Relief auf Särgen. Wir haben hier ein Beispiel, wo man die zwölf Heldentaten des Herakles nebeneinander sieht. Und ganz links kommen tatsächlich auch unsere beiden Geschichten vor. Wir sehen hier den Kampf gegen den Löwen, der jetzt hier nur noch an einer Pranke gehalten wird. Und die Hydra, die hier als schlangenartiges Wesen mit Frauenkopf dargestellt wird. Aber auch an ganz bekannten Orten lässt sich die Geschichte wiederfinden. So sehen wir zum Beispiel an den Säulen des Brandenburger Tors in Berlin sogenannte Durchgangsreliefs. Das sind Reliefs, die man beim Durchgehen anschauen kann und die zur Verzierung der Säulen dienen. Aber man hat sich eben dort für die Darstellung der zwölf Aufgaben des Herakles entschieden. Und damit sind wir wieder in der heutigen Zeit angekommen. Mein großer Dank gilt Judith Hempe vom Kieler Planetarium e.V. für die Unterstützung und natürlich Ihnen für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video. Vielen Dank.